Yo Leute, Peace! Ich bin's Maurice. Heute gibt's mal ein neues Video von mir und von Fabio hier neben mir. Und heute fahren wir mit diesem kleinen Crossfahrtschiff von Zürich nach Raporswil. Hier der Strecke entlang. Genau, bis da. Und Raporswil ist nun in Kanton Schwitzi. Kanton Schwitzi. Es heisst Schwitzi. Ja, wenn du's nicht glaubst, kannst du auch in der... Wir sehen uns später. So, wir sind mittlerweile in Raporswil angekommen. Wir waren vorhin im McDonalds und wir gehen noch ein bisschen spazieren und danach gehen wir uns Eis holen. Fabio hat ja auf dem Schiff gesagt, dass Raporswil im Kanton Schwitzi sei. Und deswegen wollte ich noch was sagen und zwar ist nicht im Kanton Schwitzi, sondern im Kanton St. Gallen. So, wir sind immer noch hier oben, hier am Spazieren und hier. Wir sehen uns später. Ich würde sagen beim Eis essen. So, ich liebe alles. Jo, das war's mit diesem Video. Mit Fabio hat mich gefreut, wieder mit Fabio zurückfahren zu dürfen. Wir waren in Zürich und Raporswil. Das war eigentlich alles. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.